siehst an ich habe halt gerade gesagt warte mal ja weil ich gerade noch mal was werden musste und damit wir kommt zurück zu porten als mit dem flash mit centos hallo zu einer weiteren folge wir farben und bekloppt wir haben uns wirklich bekloppt sowieso schon banane schokolade bevor wir das hier machen dass wir wissen jetzt nicht wie wir das beim letzten mal gemacht haben mit dem folgen wahrscheinlich werden wir mal wir halt die farm folgen dann aufnehmen aber wir werden wahrscheinlich die woche folge dazwischen gesteckt haben möglich nicht nicht über den letzten als zweifelsohle folgen dann da machen dass ihr halt nämlich abwechslung habt und ja dann ist das aber auch schon ich gehe mal ein stückchen weiter ja alle freunde wir können uns ja dann wieder treffen ja komischer grün und grünschnabel der wieder weg rennt bleib hier wo du wieder nicht hinterher kommst ne ja das ist aber ein bisschen blöd würde ich sagen das viel braucht eigentlich nur drei schläge und dann ist es tot ja ja gut irgendwann wenn du die nochmal siehst dann sind die level höher dann sagst du aber ah ist ja schon wieder karte das war mit kopf von den ganzen scheiß zusammen für die ganzen truhen ich krieg ein rappel ja weil dann kann man auch wenigsten mit dem wordplay vorbild das verbinden dass wir ein bisschen bauen und so können wenn man nicht sogar dann auch ein größtes lagerbauter sonst scheiß deswegen deswegen habe ich ja beim letzten mal auch mit eingebunden dass wir als ich als ich das erweitert habe finden den raum deswegen haben wir da auch schon ein bisschen gebaut gehabt in der folge muss auch mal sein beim wordplay nicht nur reisen kämpfen reisen kämpfen allerlei sowas gehört halt auch zur wordplay folge zwischen bauen darf auch mal sein ja erst mal alles mitnehmen was wir kriegen jo alles mitnehmen ist gar nicht ob wir ganz 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 viel das mit sand aussieht ob wir den brauchen irgendwie zum kräfteln das nicht dachzieger scheiben können wir scheinbar nicht machen strom lockt beton lockt du baust die rubine von ab ausweiter nach hinten noch mehr rubine und bisher sich nichts interessantes eigentlich eigentlich gut ich nehme ja das wasser von den kakt mit für tränke später hier sind ja die ruinen stein blöcke die können wir auch mitnehmen kannst du gerne mitnehmen mache ich auch und dann kann ich da hinten das andere weiter bauen ich reich sie einfach alles ab ist ja egal das sind die frauen fällt das sind ja die sandpanzer die schweine die nächste welt wo wir dann demnächst hingehen ist ja eh wie was anderes ja das ist ja eine ganz neue jetzt da schon die grün smart dinge gibt ich bin ja man ja singleplayer aber die haben ein bisschen was gespielt gehabt na gut wie gesagt bei mir ist es schon mit leidiger wie gibst du noch sturmkristalle von hatten halt sturmkristalle titanium naja also ganz mist lieblings aktion die ganzen dinge auf den sack gehen wenn sie wieder abhauen können sie eh nicht naja krieg ich euch auch so ich und level ab also wir sind auf jeden fall weit genug entfernt und weil wir keine erfahrung mehr von denjenigen bekommen oder vorher auch schon viel getrennt an die xp bekommen level 8 jetzt mit leule ne dachziegel habe ich auch gerade gesehen auch gerade diese komische hütte die hier ist ab mir nicht nach sie gesehen sehen sehen auch nicht schlecht aus und dazu grauer beton dass wir immer muss man so ein bisschen gucken wie in kombination ja das könnte aber ganz hübsch aussehen vor allem die ruinen stein blöcke kann ich ja auch mit den robin und so kombiniert halten ja ich weiß nicht Ich habe mich nicht aufgeachtet. Ist mir halt beim letzten Mal schon aufgefallen. Aber es ist auch ganz gut so. Ja, es muss alles durchklimmen. Und du verborst halt nur ein Schleifsteiner für. Später kann es auch her, weil die Halbbarkeit ist noch gering. Später sind die doch lange halbbar. Oder wenn ich Schleifsteine noch höre. Also ein Schleifsteiner, obsidian Schleifsteiner. Ja, das ist ja klar, das ist halt auch normal. Und sollte man kommen, wenn wir jetzt Sachen brauchen halt auch. Das ist einfacher. Einfacher zum Kämpfen, ne? Das ist einfacher zum Kämpfen. Interfekt für den Boss. Aber ich habe den... Ja, aber ich bin halt gerade von den Wechseldingen. Ja, gut, ist nur halt, dass ich schneller gehen, ne? Ich finde das immer zu geil, wenn du Bock aufbraust, nicht zu lange klickst, dann passen alle drauf und ab. Ja, ein Sanzen. Ich sehe da ein bisschen schneller. Und passen mit und passen da rein. Ich bin nicht mitfakt, ich kriege da auch rein. Ich bin mit dir. Oh, nicht zu weit nach unten fallen. Ich habe noch so egal. Ja, sicher. Also hier standen nie in der Mitte. Komplett aufgesorgt. Ich habe da nie nachstanden, ne? Ich bin noch nicht normaler, okay. Aber jetzt abwollt dich mal ein bisschen anders an. Geh nicht zu weit. Geh nicht zu weit. Geh nicht zu weit. Geh dann nicht automatisch weiter. Dann kann es nicht sein, dass du runterfährst. Ja, aber ich bin ja gerade nicht unten so wie du halt. Ne, kann auch mal anfassen. Ist das schon mal passiert? Na ja. Aber ich wusste ja, warum ist denn das Geräusch so komisch. Aber auch schon auf dem Bock drauf. Zeig mal vor unten. Zeig mal vor unten. Hey du blöde Gunner. Geh nicht zu weit. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Jo, dann kannst du wieder komplett leben. Und dann tu mich auch. Kein Bock auf dich hat. Drei Schläge und weg war. Dann pack auf dich hat. Nee, auf dich. Nee, ich bin ja eigentlich nicht. Hier steht ja gut nicht da. Mittlerweile fast 100 Stück Wasser. Hm. Wo ist das genau? Welche Blöcke brauche ich? Ja, ist das was eigentlich? Eigentlich ja stimmt. Die vier Zirten brauche ich. Nicht die normalen. Aber die von den vier Zirten sind ja auch verweiflich. Ja klar. Dann noch so dann mal wieder. Ja. Ja. Sonst nimmt man den ganzen Branchen auseinander. Das ist genug. Ja. Das geht auch. Ich bitte kann die jetzt erstellen. Ja, da sind wir halt noch nicht. Oh, Kaffee noch weg. Was ist denn da los? Ne, hier gibt's die Kupflarubine, Wasser, Agarben. Ein Portal. Genau, ein Portal. Für die zwei Portal fängt jetzt an. Ja, nein, sorry, wo wir jetzt sind. Das ist Portal 203. Aber das ist auch nicht schlimm. Dann sammeln wir für die ganzen weiteren Folgen schon mal traf. Genau. Genau. Dann müssen wir die blauen nicht. Ach, die anderen sind die blauen. Ach, die anderen sind die blauen. Oh, Mann. Die sind ja eh nicht nur noch fein, ne? Nein, ich nutze die andere, die nicht laut klappt. Ach so. Ach so. Ich bin ziemlich nah. Bei mir aber. Sonst hast du ja selbst was auch das Ding. Ja, gut. Das ist ja nicht zu benden. Nein. Vorher grün lassen mal. Vorher. Mhm. Genau. Ding. Oh, ding. Oh, ding. Dann schick auf, ah. Ach so, die Musik in die Rande davon. Ich bin schon mal weg. Ja, klar. So. Ja. 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 Ja, genau. Ja, genau. Ja. Nein, es ist nicht so eine gleiche permanente Musik. Ja. Beam, dass du da bist. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Kannst du dich einschmeißen, kannst du dich umquepfen oder so'n Scheiß. Ja, das mach ich halt damit. Das ist echt gut. War, war, stimmt. Ich steu das nicht dran. Eine kleine Drecksmader. Danke. Danke, Mensch. Komm, auf zum Urlaub. Auch mit dem Waffen kannst du auf zum Urlaub. Ach, mit dem Waffen. Ach, mit dem Waffen kannst du auf zum Urlaub. Ist der Duder? Ja. Ich muss das gerade mit Agrarfe machen. Ich muss mit Agrarfe machen. Ja, ich muss mit Agrarfe? Ja. Na dann. Ich muss mit Agrarfe machen, das ist okay. Na dann. Das ist eigentlich nicht so der ganze Plan dafür. Hallo, du Kinderarbeiter. 44 blaue Portalsteine. Ja. Kann man ja leider nicht platzieren, so. Dann hätten wir mir jetzt ins Glas. Dann haben wir einen Atemleiser. Ja, wenn sie doppelt sind. Hallo. Aber ist das? Noch ein paar Knochen dran. Na, und sind darunter nicht aktiv hier? Hm? Ich bin ja leider hier nicht so aktiv. Nein, ich bin ja nicht. Gut. Ist gut. Von daher. Das finde ich sehr gut von dir. Ich finde, man darf mich jetzt so alt zusammen brauchen, ne? Das ist ja eigentlich nicht viel was. Ja, die Robine kannst du noch schön fahren mitnehmen. Kannst du umkrechten und sowas. Ach, die Ruinen war ja so klein. Stimmt ja. Und ich kann sie auch auseinandernehmen. Kann sie auch auseinandernehmen. Kann sie auch auseinandernehmen. Das ist ja nicht wirklich viel. Ich habe keine Ruinen. Kann sie machen. Ja, das ist doch nicht drin. Ich bin ja nicht rein. Die Probleme gehen. Und ich habe mich noch mal drauf carbonoben. Vielleicht kann sie noch offen. Die Probleme haben. Was geht noch nicht? Nein. Viertens quell. Nein. Ist jetzt gar keiner. Ach nein, die ruinen. Ich habe es ist da. Ich bin schon unten gewesen. Ich habe dich da sch Wald. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Nein, man macht's doch. nicht so und wem hast du den schatz noch erzählt leicht gläubig weiß man bei dir ja nicht ich nehme die lampen mit vielleicht bin ich auch nicht vielleicht bin ich auch manuel neuer ist halt so ich bin der kaiser von china geil hallo kaiser von china dass wir dich da wieder irgendwo ausgegraben war klar wo willst du denn hinrennen mein freund kann ich halt weg hallo nicht immun sein keine kinderarbeiter da die sind gar nicht mal schlecht finde ich besser eine wohnung das kann aber dann im dunkeln arbeiten ist mir doch egal ist mir auch egal und sind ich ja nicht abgebaut ne richtig so die ja nicht zu melden auch irgendwo raus veredelter flammen rubin von den feuerfächern hier ja gut du kannst ja auch zusammen du kannst auch veredelt und kannst auch kräften magie du musst in die station haben die magie station dann kannst du kräften aber kann man dann auch kraften die ja klar du brauchst wenn man keine magie macht nein nein auch wenn du keine magie macht muss ja sowieso mal wegen tränke brauchst du die magiestation okay na gut dann müsst ihr was wir als nächstes eigentlich hinstellen könnten du brauchst jede werkbank einmal bleib doch mal stehen du hässiges ich treffe dich aber nicht okay getroffen aber ich glaube es sollte auch gleich reichen für alles was habe ich 170 wasser fast 100 kupfer ich habe 37 grünstein blöcke 12 verzierte ich habe ich bekommen habe ich bekommen 8 von den lampen sollte man portal fragmenten 20 stück sollte auch irgendwann reichen na ja weil ich werde jetzt sehen noch mal kaktus pflanzen wieder hinsetzen kannst du eh nicht viel mehr machen drüben können hier eh nur spawnen im normalen biome sieht es hier mit aus in seine natürlichen natürlich natürlich sicher digger natürlich was geht ab hier wechseln der natürlich umgegungen ist das dein ernstes gegner und treffen uns gleich portal plattform okay dann nämlich hier noch die rubine schnell mit bin dann schon mal in der nähe davon ja und ich bin schon da ja gut ich nehme gerade die rubine damit kommen wir immer noch mitnehmen ich habe mich gerade hingeportet ja du hast du hast einen fouler sack stirbt gegner incoming hallo schwing den hammer schwing den hammer hey hey ich kann ja auch ich kann ja auch ein leuchten durch das eigentlich auch ja ich glaube ich würde mir irgendwann schwer das ist vielleicht ein bisschen lahm aber habe ich immer generell in den spiel dass ich hier dann später nehmen ja ist auch nicht schlimm so man ja nicht mehr mit der fähigkeit 2 2 händer zu tragen alles klar alles klar ich würde sagen einfach hier beenden können dann beim nächsten mal noch mal da weitermachen ja können wir auch machen würde ich so sagen und wieso hä was denn normalerweise müssen wir die war ja wenn wir da drüben sind können wir wieder rüber porten dann geht's haben dann bis zum nächsten mal sagen wir bis zum nächsten mal bei porten tschüss 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 tschüss